Die Akademiker unterliegen gegen die Wolfer aus Schöneider mit 2 zu 4. Neben mir steht Elja Demidov. Elja, das war ein schwieriges Spiel heute. Wir haben viele Spieler verloren, aber wir hatten mehr Schätze als sie. Wie sah ihr das Spiel? Elja, uns fehlen ein paar Spieler, trotzdem haben wir mehr Schuss aufs Tor gehabt als die Schöneider Wolfer. Wieso haben wir verloren? Ich will euch sagen, ein bisschen schade. Wir sind einfach nicht unser Tag heute. Unlück. Wir haben viele Schätze, aber der Schöneider spielt gut. Also, ich weiß nicht, es war nur ein unglücklicher Tag. Elja hat gesagt, er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Zwar hat Philipp Nier sehr, sehr gut im Tor gespielt, aber es war nicht optimal die Leistung von der Mannschaft heute. Trotz der Tatsache, dass wir viele Schüsse aufs Tor bringen konnten und daher hat Schöneider alle drei Punkte mitgenommen. Gut war das. Der Fall, dass du endlich dein erstes Ziel hast, seit der Oberliga zu kommen. Und zumindest das muss etwas positiv für dich persönlich sein. Ich kann das Ziel für das Team geben, damit das Team gewinnt. Ich bin nicht so glücklich, wenn ich score, aber das Team verliert. Also, es ist okay, ich score, es ist okay. Aber es ist besser, wenn die Team gewinnt. Ich würde lieber jemand anderes von der Mannschaft das Tor geben, wenn es bedeuten würde, dass die Mannschaft gewinnt. Zwar ist es nett, aber es ist schön. Aber es ist nicht so gut, wenn man eine Mannschaft nicht gewinnt. Es hat dadurch einen faden Beigeschmack. Elja, insofern sind wir zweit in der Tatsache. Wir sehen gut. Und ich bin sicher, dass der nächste Winner in der Körner ist. Vielen Dank, dass du ein bisschen Zeit genommen hast. Elja, der Miethof. Und liebe Fast-Freunde, wir sehen uns nächstes Mal hoffentlich beim Heimspiel. Bis dann, bye bye. Bis dann, bye.